So, das ging wieder sehr sehr Wiedergabefehler auf meinem Fernseher. So, Moncho 2, da machen wir keine Fehler wieder. Krass. Zwei Autosnipers Spinneroni. Alter. Fakedown. Wow, 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 wow. Immer mit gerechnet, dass er da durch hat. Ja, wir haben ein zack. U uste... Die treue Motto Stumpf ist Trumpf heißt der Gegner Stumpf. Und jetzt hat er ein hütiger Peck, oh er war die hauptlos im Spiel Achso, hier, ne? Paul Fuck Ja Reicht mal schon, ich brauch keine weitere Eskalation da sehen Zack 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 Ne Yes So Was ist das hier? So, das guck ich gleich weiter, das ist cool Zack 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 Jetzt geht sie los, jetzt hackt er rein. So, er hat eins hier, sein Meter hat Minus. So, er hat einen Moment. Die Bombe sind geschehen. Fier in the hole! Set in the box. Get under two rest of it. Grenade! Throwing fire. Hat er irgendwie einen speziellen Trigger-Key? So ein Ping. Tear-Arrests have been planned. Ausgut. Hold this position. Okay. Planting. Bomb has been planned. Tear-Arrests win. Aber null drauf ey. Beep. 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 Grenade! Hold the top! Spotted the bomb carrier. He-Share. 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 Jake-Share. Ja! Ja! Da ist er gebarni-hoppt! Das reicht für heute Oh, was kommt jetzt? Was kommt? Na, was kommt? Ja, was kommt denn? Mirage Das war schön 1 zu 3 Da ist es auf jeden Fall gut Der zuversichtlich, dass er jetzt schüttelt den Rauch ins Gesicht Ach, so mag ich Das ist schön Ja Ja Ja, das ist gut So, hat er von... Oh, jetzt. Ja, er braucht noch ein bisschen zum Einkaufen. Das ist schon mal sehr langsam. Äh, ja. Langsam auch, er schießt. Na komm. Das ist der Reste jemand. Das ist der Reste jemand. Der Reste Winn. Das ist der Reste jemand. Oh Mann, Colts Er ist richtig mad, ey Der wird ja trotzdem noch zwischendurch getötet, ne? Das ist halt nicht ganz angenehm Der ist einfach so wie die Das sieht ja nicht mehr an War der Hauptscript Alter, er ist so scheiße Er ist so richtig der Bindi Oh bitte, lassen Sie sich gleich hochbohlen, was ist jetzt hier? So los mein süßer, so machst du das, so bist du Oh jetzt wieder Trigger voll rein Jetzt wieder Trigger voll rein Flushbine Grenade out Bis zum nächsten Mal Nichts Das ist auch die 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 Kann ich jetzt irgendetwas ändern mit der Firmware-Dienung, ne? Also irgendetwas kann ich hier bestimmt ändern. Ich muss hier auch mal so eine Aufnahme jetzt direkt ändern. Kann ich bestimmt, aber... Oh, jetzt ist jemand richtig mad. Da ist keiner mehr. Kann doch noch eine Waffe legen. Da ist keiner mehr. Alter, er ist völlig überfordert. Da kommt ein Gegner, hallo! Was hast du für ein Movement? Wie so ein Fünfjähriger, ey, der zum ersten Mal mit Lego spielt. Ja. 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 Nein. Nein. Boah, anstrengende Scheiße. Sooo... Weiter geht's! Oh, das zweimal, was? Oh, 600 FPS, Alter. Das habe ich mit dem Rechner vom Google-Link, den ich gestern gebuzzelt habe. Damit kann ich das erreichen. Also 270X plus 1080 Ti plus 60 GB RAM auf 3200 MHz. Mit einer Zähler von 16 oder so. Ja, jetzt insgesamt mit gebrauchten Teilen hat er seine 2 gelassen. Weil die Grafik hat aber gebrauchten Zähler. Aber die reicht ja noch völlig aus. Und es geht direkt los. Was ist noch mein Menü aus dem... Vom Creed 7, mal wieder. Ja, 7 zu 11. Er ist nicht der Beste in seinem Team. 50 zu 7! Mhhh... Alter, die hacken sich hier gegenseitig dumm und dämlich. Hack versus Hack Teil 99. Das ist ja der Wahnsinn, echt. Aber wer hat den besten Hack, ne? Ich würde mal sagen, der Donkey ist es in dem Fall. Donkey ist die Nummer 2. Ja. Donkey geht auch vor. Ja, da gucken sich alle schon gegenseitig... Oh, oh! Ja, Scout macht halt Mühe! Nicht zu sagen. Nee, Scout macht weniger Schaden. Nee, Scout macht weniger Schaden. Das ist hier Hack versus Hack, Alter. Ja... So mag ich das. Hahaha. Hahaha. Warum hacken denn alle? Was soll denn das? Oh, Mann. Donkey rennt doch einfach durch den Bolli. Wieso schieben? Ah ja, da hat K. Entschuldigung noch einer. Ja, ich glaub, das können wir getrost den Rest skippen, weil... Das wird mir sonst zu anstrengend. Wenn wir das noch so machen, weil das echt neffig ist. Zack, zack, zack. Nö. Zack. Fertiii!